Willkommen auf unserem Kanal. Heute möchten wir Ihnen die faszinierende Geschichte des Schauspielers Matthew Laborto vorstellen. Von seinen frühen Lebensjahren bis hin zu seiner beeindruckenden Karriere und seinem Engagement für wohltätige Zwecke erfahren Sie alles über das Leben dieses talentierten Künstlers. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Unterhaltung und abonnieren Sie unseren Kanal, um keine unserer spannenden Geschichten zu verpassen. Drücken Sie jetzt die Abonnieren-Taste und lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Geschichte von Matthew Laborto eintauchen. In seinen frühen Lebensjahren wurde Matthew Laborto am 8. Dezember 1966 in Los Angeles in Kalifornien geboren. Sein Geburtsname lautet Matthew Charles Laborto und er endete später seinen Nachnamen zu Labioto. Er und sein jüngerer Bruder Patrick Laborto, der ebenfalls Schauspieler ist, wurden von ihren Eltern Ronald Laborto und Francis Marshall aufgezogen. Matthew begann seine Schauspielkarriere bereits im Alter von nur 8 Jahren. Sein Talent wurde früh erkannt und er hielt die Möglichkeit in verschiedenen Fernsehproduktionen mitzuwirken. Sein erstes Engagement als Schauspieler hatte er 1974 in der TV-Serie The Red Hand Gang, in der er eine der Hauptrollen spielte. Dieser Erfolg eröffnete ihm weitere Möglichkeiten in der Unterhaltungsbranche. Ein Wendepunkt in Labortos Karriere war 1977, als er die Rolle des Orbert Quinn Ingalls in der Fernsehserie Kleines Haus in der Prairie hielt. Obwohl er anfangs nur eine wiederkehrende Nebenrolle spielen sollte, gewann er schnell die Herzen der Zuschauer mit seiner beeindruckenden schauspielerischen Leistung. Orbert Ingalls war ein von den Ingalls adoptierter Junge, der mit zahlreichen persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Matthew Labortos überzeugte das Publikum mit seiner Darstellung der emotionalen und komplexen Figur. Er blieb der Serie bis zu ihrem Ende im Jahr 1983 treu. Während seiner Zeit bei Kleines Haus in der Prairie hatte Labortos auch die Möglichkeit in anderen Projekten mitzuwirken. Er trat in Gastrollen in verschiedenen Fernsehserien auf, darunter Love Boat, Night Rider und The Love Boat, The Next Wave. Darüber hinaus spielte er in Filmen wie Mame vom Jahre 1974 und Will's Kids vom Jahre 1983 mit. Nach dem Ende von Kleines Haus in der Prairie in den 80er Jahren hatte Labortos wiederkehrende Rollen in Fernsehserien wie Sledgehammer und Silk Stalkings. Er spielte auch in Gastrollen in beliebten Serien wie Knight Rider, Simon & Simon und The Wonder Years. Sein schauspielerisches Talent ermöglichte es ihm, sich in verschiedenen Genres zu bewegen und eine Vielzahl von Charakteren zu verkörpern. Darüber hinaus war Labortos als Synchronsprecher aktiv und ließ eine Stimme verschiedenen Charakteren in Animationsfilmen und Serien. Er ist besonders bekannt für seine Arbeit als Synchronsprecher von Flash Thompson in der beliebten Zeichenrechtserie Spider-Man The Animated Series aus den 90er Jahren. Er übernahm auch die Rolle des Kovu in der Fortsetzung des Disney-Films Der König der Löwen und Der König der Löwen 2 Simbas Königreich. Labortos war nicht nur als Schauspieler tätig, sondern engagierte sich auch für wohltätige Zwecke. Er ist ein Befürworter des Autismusbewusstseins und hat sich für Jugendliche eingesetzt, die mit emotionalen und sozialen Herausforderungen konfrontiert sind. Er gründete die Non-Profit-Organisation The Youth Rescue Fund, die Unterstützung und Ressourcen für diese Jugendlichen bereitstellt. Im persönlichen Leben von Matthew Labortos gibt es nicht viele Informationen über seine Beziehungen und Familienverhältnisse, da er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Es ist bekannt, dass Labortos einen jüngeren Bruder namens Patrick Labortos hat, der ebenfalls Schauspieler ist. Die beiden Brüder haben in der Vergangenheit zusammen an Projekten gearbeitet und haben eine enge Beziehung zueinander. Abseits seiner schauspielerischen Tätigkeiten ist Labortos ein engagierter Unterstützer des Autismusbewusstseins. Er hat sich für die Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Autismus eingesetzt und die Non-Profit-Organisation The Youth Rescue Fund gegründet, die Jugendlichen mit emotionalen und sozialen Herausforderungen hilft. Es wird angenommen, dass Labortos persönlich von Autismus betroffen ist oder engen Verbindungen zu Menschen hat, die von dieser Erkrankung betroffen sind, was ein Engagement für diese Sache erklären könnte. Das war die Geschichte von Matthew Labortos, einem talentierten Schauspieler, der mit seiner Darstellung des Orbert Ingalls in unsere kleine Farm die Herzen der Zuschauer eroberte. Seine vielfältige Karriere und sein Einsatz für wohltätige Zwecke haben ihn zu einer inspirierenden Persönlichkeit gemacht. Wenn Sie mehr über das Leben von Matthew Labortos und andere interessante Geschichten aus der Welt der Unterhaltung erfahren möchten, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Abonnieren und verpassen Sie keine unserer aufregenden Videos mehr. Mit Ihrem Abonnement unterstützen Sie uns dabei, weiterhin spannende Inhalte und Informationen für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.